Hallo, mein Name ist Lisa Bergmann und ich bin Projektmanagerin in der Flächenentwicklungsgesellschaft des Landkreises Görlitz. Zusammen mit meinen Kolleginnen Katrin Reuter und Steffi Dreyer unterstützen wir Sie gern in der Flächenakquise und in der Entwicklung von nachhaltigen Gewerbegebieten. Außerdem können Sie mich gerne zu allen Belangen im Bereich Energie ansprechen.